Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Aachener Printen. Aachener Printen sind ein traditionelles Gebäck, das zuerst in Aachen hergestellt wurde. Für 75 Stück werden folgende Zutaten benötigt. 200 Gramm Zuckerrübensirup, 50 Gramm Schweineschmalz, 4 Vanilleschoten, 60 Gramm Orangiat, einen halben Teelöffel Zimt, einen halben Teelöffel Ingwer, einen halben Teelöffel Anis, einen halben Teelöffel Kardamom, einen halben Teelöffel Nelkenpulver, 5 Gramm Hirschhornsalz, ein Teelöffel Rosenblütenwasser, 50 Gramm Kandiszucker, braun, 300 Gramm Mehl, Typ 405, ein Eiweiß, 75 Gramm Hagelzucker. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Messer, Schneidebrett, Schüssel, Nudelholz, Gabel, Tasse, Küchenpinsel, Backblech, Backpapier. Zubereitung Vorbereitung Den Sirup und das Schweineschmalz in einen Topf geben, erhitzen und so lange verrühren, bis flüssiger ist und sich verbunden hat. Die Vanilleschoten längs halbieren und das Vanillemark aus den Schoten herauskratzen. Das Orangiat hacken, das Vanillemark, das Orangiat und die Gewürze hinzugeben und so lange verrühren, bis sich alles möglichst aufgelöst hat. Rosenwasser in eine Schüssel geben und das Hirschhornsalz darin auflösen. Den Kandiszucker in zum Beispiel in einer Küchenmaschine zerkleiner. Man kann auch einen Gefrierbeutel nehmen, indem man den Kandiszucker mit einem Nudelholz oder ähnlichem zerkleinert. Mehl in das Sirupwasser sieben. Rosenwasser und Kandiszucker dazugeben und daraus einen Teig kneten. Den Teig abdecken oder in Frischhaltefolie einwickeln und über Nacht an einem kühlen Ort rasten lassen. Fertigstellung Am nächsten Tag den Teig noch einmal durchkneten. Eine Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben und den Teig darauf etwa 3 mm dick ausrollen. Den Teig in 6 x 3 cm große Rechtecke schneiden. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Die Rechtecke auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Die Printen auf mittlerer Schiene knapp 15 Minuten backen. Das Eiweiß in eine Tasse geben und mit einer Gabel aufschlagen. Das Eiweiß mit einem Pinsel auf den Rechtecken verteilen. Hagelzucker auf die Rechtecke geben. Das muss sehr schnell gehen, weil der Zucker sonst nicht auf den Printen kleben bleibt. Noch einige Tipps Die Printen sollte man nicht sofort verzehren, sondern erst einmal ein paar Tage in eine Dose geben. Die einzelnen Schichten der Printen mit Pergamentpapier trennen. Wenn sie weich geworden sind, dann schmecken sie am besten. Als Beilagen eignen sich Tee, Kaffee, Kakao oder heiße Schokolade. Viel Spaß beim Kochen und guten Appetit! Kaffee, Kaffee, Kaffee! Kaffee, Kaffee, Kaffee! Untertitelung des ZDF, 2020